Hallo, mein Name ist Thomas Siegel. Ich bin Steuerberater in eigener Kanzlei und Hochschullehrer für Managementlehre an einer privaten Hochschule in München. Ich stelle Ihnen heute mein Buch mit dem Titel Gesamtheitliche Unternehmensführung für Gründer mit dem Untertitel mit der 3x4 ist alles Methode zum Erfolg vor. Das Buch erscheint im Dezember 2019 im Springer Verlag, wie all meine anderen Veröffentlichungen zu diesem Thema auch. Warum veröffentlicht ein Steuerberater ein Buch zur Unternehmensführung und fühlt sich berufen, eine Managementmethode zu entwickeln? Dies hat folgenden Grund. Als Steuerberater begleite ich viele Unternehmen während der gesamten unternehmerischen Lebenszeit, also von der Gründung bis zur Abwicklung und zum Verkauf. Über all die Berufsjahre habe ich sehr viel Erfahrung darin gesammelt, welche Unternehmen mehr und welche Unternehmen weniger erfolgreich am Markt sind. Im Rahmen meiner wissenschaftlichen Arbeit habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt, dieses Wissen zu strukturieren und eine Methode zu entwickeln, die Unternehmen den höchstmöglichen Erfolg verspricht. Das Ergebnis ist die 3x4 ist alles Methode. Dabei steht die 3 für die drei Kernkompetenzen, die jeder Unternehmer haben sollte. Das ist zum einen die fachliche Kompetenz, die prozessuale Kompetenz und die zwischenmenschliche Kompetenz. Die 4 steht für die vier Stakeholder oder Interessensgruppen, mit denen jedes Unternehmen zu tun hat. Das ist zum einen der Eigentümer oder die Kapitalgeber, zum anderen die Mitarbeiter, dann die Abnehmer oder Kunden und schließlich der Staat und die Gesellschaft. Unternehmen, denen es gelingt, ihre drei Kernkompetenzen auf alle vier Stakeholdergruppen gleichmäßig auszurichten, haben nach meinen wissenschaftlichen Untersuchungen den höchstmöglichen Erfolg am Markt. In meinem Buch beschreibe ich detailliert diese Methode und erläutere diesen theoretischen Ansatz mit zahlreichen Beispielen aus meiner beruflichen Praxis. Mein Buch richtet sich in erster Linie an Gründer, aber auch bestehende Unternehmen können von der Anwendung der 3x4 ist alles Methode sehr profitieren. . Untertitelung des ZDF, 2020 2025 Event Host für 351 Untertitelung des ZDF, 2020